Die unvergleichende Show. Herzlich willkommen! Wie man unschwer erkennen kann, geht es heute um... Richtig! Kfz-Versicherung. Ach so? Ja klar. Hast du schon mal zu viel für eine Kfz-Versicherung bezahlt? Leider ja. Und wie fühlt sich das an? Gruselig! Also einfach Kfz-Versicherung auf Check24 vergleichen und bis zu 850 Euro sparen, bevor es noch gruseliger wird. Macht's wie ich! Video liken und Kanal abonnieren! Klappt gut mit den Fingern! Wo? Wir helfen!